Jo, hey Leute, hier ist der GIGAX und jetzt kommt es mal wieder ein Video über Call of Duty Advanced Warfare. In meinem heutigen Video geht es mal darum, dass wir bald Elite-Waffen ja auch noch auf einem anderen Weg bekommen werden. Das hat Michael Conry jetzt schon mehrmals angekündigt und dann immer wieder Andeutungen gemacht. Und jetzt scheint es so zu sein, dass wir schon eine konkrete Idee haben können, wie das Ganze dann sein wird. Also man hat hier quasi mal die Idee, dass es dann so irgendwas traden sein oder irgendwas contracten oder so, dass man irgendwie so an Elite-Waffen kommt. Aber jetzt macht er auf Twitter die ganze Zeit, wie gesagt, Andeutungen, wo man so erkennt, in welche Richtung das gehen könnte, also um was es sich da ungefähr handeln könnte. Ich zeige euch jetzt hier mal ein Beispiel und zwar hat ihn hier einer auf Twitter angeschrieben, dass er unbedingt eine Elite-Wahl haben möchte und dass er schon Master-Prestige ist und dass er trotzdem noch keine Elite-Wahl bekommen hat. Und daraufhin hat Michael Conry dann geantwortet, dass es bald gut ist, wenn man Master-Prestige ist und das ist dann auch sehr im Zusammenhang schon mit Elite-Waffen direkt schon dabei. Und dann hat Michael Conry noch bei einer anderen Person geantwortet, die quasi dasselbe Problem hat, dass sie keine Elite-Waffen mehr bekommt. Und daraufhin hat er dann geschrieben, dass sein Glück sich bald wendet, also dass er bald wieder mehr Glück haben wird. Und da gibt es dann auch noch weitere Beispiele, die ich jetzt aber euch alle nicht zeigen will, aber er deutet das jetzt einfach mehrfach an. Daraus kann man halt, finde ich, schon ziemlich klar schließen, dass es bald irgendeinen Zusammenhang geben wird mit Prestige-Master und Elite-Waffen, also dass man irgendwie so an Elite-Waffen direkt kommen kann. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, ob es jetzt auch nur Prestige-Master machen können, weil Prestige-Master ist ja schon ein ziemlich langer Weg und es gibt viele Leute, ich, eingeschlossen, die nicht so gerne Prestigen und dann wäre es echt doof, wenn die das dann nicht bekommen würden. Also ich finde, man sollte irgendwie einen Weg finden, dass es für alle gerecht ist. Und sonst gibt es halt noch die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr Prestige-Master seid, dass ihr dann quasi alle Elite-Waffen freischaltet, was ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen könnte, weil irgendwie wäre damit dann der ganze Spaß für den Elite-Waffen weg. Aber in Black Ops 2 war es ja auch so, dass man, wenn man Prestige-Master ist, alle Waffen freigeschaltet hat, also ja, es ist jetzt nicht Elite-Waffe, aber halt alle Waffen. Und sonst könnte ich mir noch vorstellen, dass man irgendwie Punkte bekommt, mit denen man sich Elite-Waffen kaufen kann und dass man dann, wenn man Prestige-Master ist, da besonders viele Punkte für hat. Während wenn man Prestige 2 oder so ist, dass man da halt nicht so viele Punkte hat. Ja, aber ich würde auf jeden Fall mal sehr interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr das so findet und welchen Weg ihr quasi am besten findet. Ich habe jetzt quasi mal drei Wege vorgeschragen, wie das Ganze sein könnte. Ähm, ich finde, wie gesagt, es sollten jetzt auch nicht die, die nicht Prestige-Master sind, da ausgeschlossen werden, sondern alle irgendwie, ähm, ja, berücksichtigt werden. Und ich fände es, glaube ich, am besten, wenn man da echt so Punkte haben könnte, womit man sich dann direkt eine Waffe aussuchen kann, die man sich jetzt kaufen möchte. Das wäre, finde ich, so der beste Weg, aber wie gesagt, ihr könnt mir da ja auch mal eure Meinung schreiben. Und ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und das war es für heute. Haut rein, Leute! Das war's für heute.